Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Paprikasauce. Eine Grundsoße für viele Rezepte. Für 4 bis 5 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 0,5 Liter heller Kalbsfond oder Kalbsbrühe oder Gemüsebrühe. Schalotte, rote Paprikaschote, Tomate, ein Esslöffel edelsüßen Paprika, ein Esslöffel Butter, Salz, frisch gemahlener Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Messer, Schneidebrett, Feinsieb. Zubereitung Tomate im kochenden Wasser blanchieren, abschrecken und die Schale entfernen, grob hacken. Paprika schälen und in Würfel schneiden. Schalotte schälen und in Butter anschwitzen, die Paprikastückchen ebenso. Mit der Brühe ablöschen und gut durchkochen lassen. Tomatenwürfel zugeben und mehrmals aufwallen lassen. Würzen und die Soße durch ein Feinsieb streichen. Abschmecken Soße zu Paprikahähnchen Diese Varianten gibt es Paprikatomatensauce Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Paprikatomatensauce Paprikatomatensauce Paprikatomatensauce